ja damit ist khalid jetzt gerade höher als thalisa aber ich glaube beim nächsten level abkriegen wir noch mal zehn da sind wir beide gleich auf ja so ich kümmert es nicht denn ich verschwinde du sammelst jetzt mal pfeile ein und perlen also ja wir hätten das wirklich friedlich lösen können aber dann hätten wir nur 4000 erfahrungspunkte glaube ich gekriegt weißende pfeile sehr schick zwei perlen die können und nicht 10.000 ich glaube es werden sogar 14.000 bei hier oben sind glaube ich noch zwei serien also ja die hat uns eigentlich eiskalt in einen hinterhalt gelockt so was haben wir hier ein haufen beißende pfeile zwei perlen gold perlenkette eine perlenkette und evans leiche die leiche von evans bruder der sirene entwunden jo beißende pfeile davon hat khalid noch genug die können wir dann mal auch langsam verbraten die frost pfeile werde ich mir wahrscheinlich für durlaksturm aufheben so dann gehen wir mal hier weiter ein stück genau um herauszufinden dass hier noch zwei sirenen sind die augen die augen ja 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 was das ist wieder nicht oder so noch mal fünf pfeile und zwei perlen und noch mal 4000 erfahrungspunkte so jetzt haben wir den 10er stick an perlen und khalid kann 10 pfeile bekommen was okay das dürfte es jetzt aber ein sirenen gewesen sein gut wir können uns jetzt auf diesem teil der insel noch umschauen oh schreckenswölfe aber wieder die schwache version oder ja so mach mal jeder platt sehr schön beinahe unter meiner würde das waren alle schreckenswölfe wahrscheinlich wäre der kampf glimpfiger ausgegangen hätte ich vorher gebet und so gesprochen bevor ich mich in den kampf gestürzt hätte aber das war schon okay so denke ich mal wir haben es einigermaßen geschafft ohne dass jemand von uns gestorben ist oder eine des palace irgendwie in die hose gegangen warum auch immer so das wäre alles erkundet gewesen außer das doch hier die hat echt ein tolles königreich gehabt dieses kleine stückchen insel hier und das bisschen sand ist sorry kumpel ich wollte dich eigentlich nicht töten da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst es kommt da andere bären frisst den toten bären oder wie naja nicht ganz oh hier ist auch noch was in im wald versteckt schön vorbeigehen die bären ignorieren achso das ist vorne der bug vom schiff ja ist okay so dann nehmen wir mal sein angebot an und übernachten in seiner hütte neunzehn uhr acht stunden ist fünf uhr morgens da wird es noch dunkel sein so quick save kannst du noch was sagen bitte geht ins schiff und sucht mein zauberbuch okay acht stunden geruht es ist drei uhr in der nacht unter meiner würde so das heißt wir heilen jetzt mal hoch was ja nicht über fähigkeiten über heilt zauber ja allgegendwärtige autoritätsperson was wollt ihr so so ihr habt eine aufgabe was ach nehmen wir einfach die großen und rasten dann einfach nochmal eurer dienerin steht zu euren diensten ja hm ja allgegendwärtige autoritätsperson du bist jetzt voll geheilt dir fehlen zwei dann heilt du mal dann heilt du mal dünner hier du heilst dich selber so du wirst erreichen mal rasten was nichts leichter als das und wir sind fertig können raus wir können jetzt vorsichtig dieses schiff betreten wahrscheinlich sollte ich erst die nahkämpfer reinschicken am besten mit einem segen eure dienerin steht zu euren diensten hier hast du warm wir uns mal auf so du bist gut dabei auf deine letzte stufe zu kommen du hast deine letzte stufe erreicht du brauchst noch 24.000 23,5 du bist kurz davor ne halt du bist also es ist schon hinter dir okay bist du schon auf deinem maxim ach ne halt das ist ja ausgeglichen aber ne das letzte level erreicht sie nicht mehr dafür braucht sie zu viele erfahrungspunkte also drohe würde level 9 sie kriegt noch ein level ab hin und sie noch eins okay gut dann gehen wir jetzt mal da rein oh zwischensequenz schöner tag achso und das war das heck was wir da gesehen haben nicht der bug mal der bug ist da vorne wo der mastra und das oder ne da müsste eigentlich das hex sein oh vampir wolf worg schreckens wolf ich verschwinde jetzt okay hier geht schon mal hier aus dem schuss ähm ja genau bleibt da stehen ich bin da hier und brenn mal hier durch ich bin wirklich nicht mit ganzem herzen so jetzt alle auf den wehrwolf und fecksoziale so sie wollen du gehst mal ganz vorsichtig nach fallen suchen wer dessen heißt sich dann ja ja denn ich verschwinde jetzt genau weil hier sind wir bald daran schiff hier könnten fallen lauern nicht noch ein magiestab wir haben doch nicht nur nicht mal den ersten verbraten oder ist das der zweite den im rollen mit sich rumschleppt wo feine starb der magischen geschossen dass sie das immer noch nicht identifizieren können so beißen der fall als nächstes hier geht mal zur seite du wirkst mal die göttliche macht auf dich unter meiner würde dann gehen wir jetzt vorsichtig ins nächste stockwerk da wirst du wahrscheinlich mehr werwölfe geben ja gibt auch mehr werwölfe ist ein älterer dabei du siehst wie ein älterer aus nein bist aber auch keiner lecker ihr habt hier das ist ja denn ich verschwinde jetzt so jetzt hier hoch au jahyra was ihm wow wo wo muss den damals Ok, Minz trinkt einen Schluck, sicher, sicher Und du benutzt mal einen Feuerodem Das war dich wirklich beeindruckend, aber egal Okay Das war aber wieder viel zu knapp, das hat Minz und allgegenwärtige Autoritätspersonen Und ja, hier war ordentlicher Wiss Ist hier noch einer? Ja, da oben Oh Bitte töten Dankeschön Oh, da gibt es sogar 1800 Erfahrungspunkte So, du heilst dich nochmal Du heilst Minz nochmal Du sollst weiter nach fallen So, jetzt kannst du Minz klein heilen Du kannst dich selber klein heilen Du kannst nochmal Minz Und du kannst Talit Okay, hier sind Handschuhe drin Armbänder der Fesslung Diese Armbänder scheinen Armbänder der Spezialisierung zu sein Doch wenn angelegt Festeln sie die Handgelenke des Trägers zusammen Und machen es schwer Und machen es schwer eine Waffe zu verwenden Oder einen Zauber auszusprechen Diese Armbänder werden manchmal von den Trauern als Benutung für erbrachte Dienste angeboten Der Empfänger in dem Glauben, dass sie sehr viel Macht besitzen Legt sie oft an, ohne sie näher zu überprüfen Dann beschwören die Trau zu ihrer Heiterung einen Schrecken herauf Spezielle Merkmal Chance, dass der Zauber versagt Etw 0 Plus 5 Strafe Schaden minus 5 Strafe Okay, die bitte nicht anlegen Und du brauchst Schleuderkugeln Okay Das ist nicht sehr nett Diese Handschuhe So, hier oben ist noch eine Truhe Ist die mit einer Falle versehen? Ja, ist sie Gold Und ein Silberdolch Silberdolch Werwolfsfluch Dieser Silberdolch wirkt als Plus 4 Dolch gegen Lykantropen Die Nala Goldhand, eine Elfenweinläuferin, die ihr Land vor den Wehrschakalen befreien wollte, spielte sie diesen Dolch Sie wurde von einem Orkstamm in den Graugipfelbergen getötet, als sie den Anführer der Wehrschakale verfolgte Na ganz Das ist mal tolle Ironie Plus 4 Dolch gegen Lykantropen Äh, Kalid, magst du einen Dolch benutzen? Oh, und ein Langschwert Plus 1 Das brauchen wir nicht mehr Oder Imoin Und euch benutzen Hm, was war denn da? Egal Achtung Vielen Dank.